Was ist unsere heutige Zahl des Tages? Die Null steht für die Unendlichkeit, also unendlich viele Möglichkeiten stehen dir zur Verfügung. Vielleicht hast du auch das Gefühl, du bist jetzt am Ende der einen Geschichte und am Anfang an der neuen. Also da, wo sich der Kreis sozusagen schließt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Tschüss!